also ich habe mir einen ganz tollen doppelhaken von der kaffee firma gekauft da hat man die folie die muss 24 stunden auf einer sauberen mit alkoholfall gereinigten fläche angebracht werden in dem fall fliesen leitet das besonders gut und wenn der saugnapf sich lockert das sieht man dann an diesem roten ring der darf nicht sichtbar sein so jetzt versuche ich mal zu filmen und gleichzeitig anzubringen also genau auf die folie drauf und jetzt drücke ich es an natürlich schwierig weil die folie natürlich durchsichtig ist aber da muss noch gerade sein ich mache es mit der hand wo man grünkohl drauf ist lecker und andrücken ich merke richtig wie der knopf reingeht und bombenfest jetzt sieht man den roten ring nicht mehr so dann werden wir direkt mal hier den abtrockner dranhängen grün passend zur küche grillen ohne bier ist möglich aber sinnlos cool australien